Da sind wir wieder. Tja, dann machen wir uns mal an der letzten Quest in Nordend Quest 3. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon das Gebiet hier fertig haben. Naja. Aber das sollte uns nicht stören. Wie zum Fick komme ich da hin? Ist er im Berg drin? Genau. WTF? Ah ne, wahrscheinlich von der anderen Seite. Da sieht es aus, als wäre es ein Eingang zu einer Hülle. WTF? 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 dunkelsprecher rekram wenn das nicht mal da gott die kreatur spricht direkt über euren geist mit euch ihre gedanken sind schmerzhaft ein seltsam vorge ich brauche eure hilfe ich bin genauso wie euch versklavte freunde ein opfer des lichtkönigs dienen jamia und ihre habsucht sie nahmen mich gefangen als ich die tiefen verließ um die geräusche aus der höhle zu und legten mich in ketten würdet ihr mir bitte helfen und der vorarbeiter dieser mine beträgt den schlüssel zu meinen ketten bei sich tötet ihn das ist eine 3er quest ihr könnt den drängen gefühlt in euren geist spüren als würde die kräuter zu versuchen euch zu zwingen hier viel spaß dabei mein freund vielleicht nicht noch jemanden dazu holen das wäre dann tatsächlich unpraktisch perfekt das ist über uns herum das ist in meinem kopf ihr habt ihr werdet für den dienst den ihr mir erwiesen habt bereich belohnt werden der dunkle sprecher lässt besänftige gefühle in eurem geist entstehen ihr werdet es nicht bereuen mich zu entflüsseln als sie auch hier auf der kreatur zu geht wird euer geist von einer weiteren welle der euphorie vermischt mit wenig schmerz überwältigt gut gut nur her damit nur damit ihr wisst dass ich gerecht bin werde ich euch zuerst eure versprochene belohnung geben und dann werden wir mit ihr mir freiwillig den schlüssel geben okay wild dann verpissen wir uns mal von hier so damit sind wir dann jetzt offiziell naja so viel wie wir schaffen konnten offiziell fertig mit eiskrona was sehr gut so wie das letzte mal auch nicht gerade cool war aber meh es ist was es ist manchmal so dann wollen wir uns mal nach stormwind wieder porten meldet euch beim handels posten das funkeln eines entfernten objekts zieht euch aufmerksamkeit auf sich dass ihr erinnert euch plötzlich dass ihr devisen für den sammeln müsst können wir eigentlich mal machen dann bewegen wir uns mal dahin ich hoffe euch gefällt die monatliche sammlung neuer exotischer waren und sich händler bewiesen dann schauen wir mal was wir haben ein reittier uuuuuhh ist zwar ok so girl doppelbogen des jägers selbst dann sieht das nicht gut aus aber das sieht interessant aus wie viel habe ich denn 1000 also starb des erbarmungslosen fallen stellers ich bin ja kein starb träger in der blutdress ich hab nie ne ich dachte immer das trägt man andersrum aber er gibt den aber das ist eine schöne klinge ja dann würde ich mir dann hier das hier holen und das ja also das war eingefroren lol aber was würde ich dann noch haben eigentlich ja dann würde ich das ja perfekt wenn ich diese season noch bei also diese in diesem monat noch bekommen dann hole ich mir die weil ich mag die klinge eigentlich aber ansonsten so dann machen wir mal den immer probieren hier ja sieht sieht schick aus dann müssen wir aber mal kurz kleine dann machen wir uns mal richtung sturm und kiep oder so aber sie sagt die festung sturmwind und dann schauen wir mal was wir da machen müssen